Liebe Zuschauer, es ist wieder Mittwoch und damit Zeit für eine neue Folge DOZ News. Herzlich Willkommen! Ein kurioser Wildunfall ereignete sich auf dem Flugplatz in Genderkingen. Ein Flugschüler kollidierte mit seinem Sportflugzeug während des Landeanflugs mit einem Reh, das die Landebahn kreuzte. Das berichtet der Donaukurier. Das Stück kollidierte frontal mit dem Flugzeug und wurde durch den Propeller tödlich verletzt. Durch die Kollision entstand ein Schaden von mindestens 5000 Euro. Laut Donaukurier sei ein derartiger Wildunfall in den vergangenen 20 Jahren nicht passiert. Kürzlich berichteten wir bereits schon einmal über den Führungswechsel bei Fellwechsel. Die aus der Jägerschaft gegründete Fellwechsel GmbH musste ihr operatives Geschäft größtenteils aufgeben. Der Landesjagdverband Baden-Württemberg will den Gedanken der nachhaltigen Nutzung von erlegtem Raubwild allerdings weiterhin unterstützen. Vor diesem Hintergrund hat der Verband mit dem Nachfolger der Fellwechsel-Vertrieb GmbH mit Sitz in Schleswig-Holstein die vertragliche Vereinbarung abgeschlossen, dass der LJV auch künftig das Einsammeln erlegter Tiere in registrierten Sammelstellen organisiert. Prämien für abgegebenes Raubwild soll es von der Fellwechsel-Vertrieb GmbH allerdings keine mehr geben. Die Jagdzeit auf Kormorane wird in Niedersachsen verkürzt. Statt vom 1. August bis zum 31. März dürfen adulte Kormorane nur noch vom 21. August bis zum 28. Februar erlegt werden. Das geht aus einer Pressemitteilung des niedersächsischen Ministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz hervor. Hintergrund der Verlängerung der Schonzeit ist eine durchgeführte Untersuchung, die ergeben hat, dass Kormorane aufgrund der klimatischen Veränderungen länger brüten. Dennoch soll der anhaltend hohe Fraßdruck auf die heimischen Fischbesätze auch durch Vergrämung reduziert werden. Das niedersächsische Oberverwaltungsgericht hat mit Beschluss vom 24. November 2020 die Beschwerde einer staatlich anerkannten Naturschutzvereinigung gegen die aktuell erteilte Abschussgenehmigung des Rodewalder Rüdens GW 717 M zurückgewiesen. Das gab das Gericht in einer Pressemitteilung bekannt. Damit reißt das Hin und Her um den Problem Rüden weiterhin nicht ab. Bereits mehrfach waren Außenabschlussgenehmigungen erteilt und wieder entzogen worden. Der Grauhund ließ sich dadurch nicht beirren und reißt weiterhin regelmäßig Nutzvieh. Eine Zusammenfassung der Ereignisse um GW 717 M findet ihr auf www.doz.de. Und nun noch eine Meldung in eigener Sache. Wie jedes Jahr gibt es auch in 2020 wieder den DJZ-Adventskalender. Jeden Tag bis zum 24.12. öffnet sich ein Türchen und es gibt wieder tolle Preise zu gewinnen. Den Adventskalender findet ihr auf www.doz.de. Das waren nun wieder die wichtigsten Meldungen der Woche. Vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Bis dahin, Weidmannsheil! Bis zum nächsten Mal.